Hallo wieder bei Curbis Base Program und wir sind auf dem Weg zu unserer Luftdruckmessung im Nord, äh, näher des Nordpols. Der Anflug dauert nicht mal so lange. Ah, da habe ich mich verklickt. Ich glaube, wir müssen in diesem Teil, was da schon zu sehen ist, auf jeden Fall werde ich dieses Teil anvisieren, um unser Fahrzeug abzukuppeln. Ob das klappt, haben wir ja noch gar nicht getestet. Also das wird schon spannend werden. Diese Folge, die wird sehr, sehr spannend. So, woppen werde ich jetzt nicht mehr. Die Höhe ist gut. Wir sind nicht mehr weit weg. Oh, und es wird wohl dieses Teil sein. Schirbe, da ja freut sich, dass er bald da ist. Und jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Neigte Kurskulturen Ich bin mir noch nicht sicher, nein, noch nicht, noch nicht abspringen. So, wir wagen und wir springen ab. Ach komm, die Maschine stürzt da ab, und zu dem Jebediah wird es gerade etwas schlecht. Und... Doch, es sieht so aus, als, naja, ein bisschen sehr hecklastig. So, oh, 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 da müssen wir aber ganz schön berghoch fahren, habe ich das Gefühl. Ich bin ziemlich weit im Berg. Ich wäre ein normaler, normaler Länder, da wäre ich ja gewesen, als uns war. Ach komm, er geht ja auf. Geht ja auf. Hallo, aufgehen, aufgehen, aufgehen. Und wir gehen zu... Nasenlastig, oh Gott. Die Balance der Dinger, der Fallschimmer passt nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben eine Fehlkonstruktion gemacht. Unsere... der Flug war... sonst... Habe ich das Gefühl... Aber wir kommen ganz relativ weiß runter. Und da... Offenklich bremst der Schnee uns auch. Sie versinken wir nicht im Schnee. Da weiß ich ja nicht, wie pulverig der Schnee ist hier. Im Bergkabel Space Program. Aber ich bin nicht sehr optimistisch. Ich bin pessimistisch. Ja, pessimistisch. Ich bin schnell das hier weg. Auszoomen. Und wieder aufmachen. Und... Oh... Na, wer sagt's denn? Nicht zu schnell. Ich weiß nicht, wie weit das ist. Nein! Neuuun! Leute, das war... ... ... ... ... meine Dolphite. Nehmen wir mal die Datumate. Crew report. Eva. Eva report. Loot save. Ne Eva report. Support Recover Fizzle. Aber wir wissen, dass es funktioniert. Ja. Und wir versuchen es ein anderes Mal noch mal. Beziehungsweise vielleicht fliege ich schon mal da hin. Und ja, mal gucken. Ich werde mal jemanden fragen, was er das meint. Wie ich das machen soll. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Warte mal. Not 7. Ähm... Ehm... Ehm... Ich gucke mal. Ne, das war gerade... Hm... Ja, dann... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.